Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Forrest im welchen... was? Ähm... Ja. Schön. Okay, wir hatten ein kleines Update in der Zwischenzeit. Ich hatte jetzt ja längere Zeit keine Forrest Let's Plays mehr gemacht, einfach aus dem Grund, weil... Ja, weil... Es... Es war mir irgendwie nicht abwechslungsreich, keine Ahnung. Und, ähm... Ja, jetzt hab ich einfach gesagt, nee, gut, also hab ich mir selber gesagt, nee, gut, jetzt komm, jetzt erwarte ich noch das nächste Update ab. Und guck ich mal, ob's irgendwie was bringt. Komm ja, eigentlich auch wieder... Es war klar, es war so... Und was... Und, ähm, genau, da hast du einfach gesagt, nee, komm, da. Dann warte ich einfach das nächste Update ab. Und, ähm, guck mal, wenn's jetzt wieder viel, viel Interessantes gibt... Ah, na, bravo. Ähm, dann werden auf jeden Fall wieder ein paar Folgen kommen. Wenn nicht, dann nämlich. Guck mal, man kann die... Man kann die auch gar nicht mehr ab... Äh, 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 abschlagen, weil die alle... ...in der Erde drin sind. Also unter der Map halt, ne? Wir sind momentan noch auf dem alten Spielstand. Nämlich hab's... Ich hatte jetzt ehrlich gesagt gar keinen Bock, ein neues Spielstand anzufangen. Und ja, da werden wir einfach mal gucken, ob sich irgendwas... Hey, die Bäume sind da! Nice! Ob sich irgendwas getan hat. Es soll neue Eingeborene geben, hab ich gelesen. Ja, und da soll ich etwas gefixt haben. Viele... ...Behebungen von irgendwelchen Bugs. Vor allem da nicht grad noch irgendwelche Baumstämme. Ne, ne? Und... Ja, da gucken wir einfach mal. Also ich werde jetzt hier nicht wirklich groß spielen. Einfach nur mal ein Let's Test. Oder Let's Show, was es hier so alles Neues gibt. Wir das schon ja quasi nur. Und, ähm... Da lohnt sich dann... Finde ich jetzt nicht wirklich... Bei der... Da... 10, 15 Folgen draus zu machen. Das gibt es vielleicht mehrere Folgen. Keine Ahnung. Oder vielleicht gibt es zwei, drei, ich hab... Oh, nein! Hihi! Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall... Huch, das fällt doch gerade runter. Ähm... Ja. Guck. Dann gucken wir gerade einfach mal. Ob wir hier nicht nur... Was ist das denn? Ne! Ne! Scheiße, wie geil ist das denn bitte? Also, nicht geil, dass hier jemand liegt, aber... Ne, weißt du schon. Ehe. Juni 1982. Ich möchte mir das... Wo ist denn... Wo ist denn... Haben wir... Guck mal, hier! Wir haben hier die ganzen Sachen, die ganzen Notizen, alles. Alles! Boah, wie geil! Können wir die auch noch aufheben? Was ist denn hier? Ach, das ist... Das sind wie jeder die gleichen Bilder. Juni... 1982... 1982. Ist das... Das ist ja nicht das Boot, oder? Ist das das Boot? Das Boot, was ich meine? Hier kann ich... Achso. Das ist tatsächlich das Boot. Was ist hier? Oh! Nein, die waren... Deshalb können wir sprengen. Wir haben... Nix. Na, schön. Genau. Wo war ich stehen geblieben? Ich hab den... Faden verloren. Ähm... Let's test... Genau, wir... Let's showen ja quasi nur. Und, ähm... Genau, da werde ich dann vielleicht... Zwei, drei Folgen machen. Ich weiß noch gar nicht, wie lange ich aufnehme. Und... Je nachdem... Ja, mal gucken. Also... Was ich jetzt schon sagen kann... Ist, es werden... Was ist... Das? Das sah gerade aus wie ein Abend. Ähm... Es werden... Keine... Also, wenn es mir jetzt gefällt... Dann werden wieder... Dann wird... Vorher wahrscheinlich wieder Regelnwässig kommen. Vielleicht alle zwei Tage. Vielleicht jeden Tag. Ich hab keine Ahnung. Falls mir... Es sollte es mir nicht gefallen, dann... Wie gesagt... Dann warte ich einfach noch das nächste größere Update ab. Wieder einmal. Dann... Kommt ihr da zum nächsten größeren Update in der Let's Show. Und ja... Jetzt gucken wir uns gerade hier einfach mal so alles an. Können wir... Hier hat sich eigentlich überhaupt nichts verändert. Die Waffe haben wir schon. Okay. Dann machen wir gerade mal ganz, ganz kurz den hier. Plättern da mal weiter. Also, bis jetzt hat sich noch nicht so viel hier getan. Habe ich so den Eindruck, ne? Das war ein Reh. Ne, ne? Ne. Gibt nichts Neues, oder? Was gibt es denn hier so? Das ist... Ah! Boah! Boah, wie... Boah... Boah, wie geil ist das denn bitte? Wir notieren uns also... Die ganzen Sachen, boah, wie nice. Hab ich das auch nicht gewusst. So, lernt man dazu. Hm. Das hört sich an wie ein Pferd. Können wir eigentlich uns einen Sattel craften und auf den reiten? Ich meine, es wäre doch... Logisch... So als Lastesel, so ein Lastdreh, weißt du? Alter. Hier ist ein Kaniklimon, den lassen wir gerade. Wir brauchen Löcher. Hm. Jetzt die Frage, gehen wir rein? Gehen wir nicht rein? Schön. Ja, komm, was soll ich scheiß drauf? Ich war zwar... Noch nie hier in der... Ist sehr schön, dass hier... Überhaupt gar kein Loch ist, wo die Sonne reinscheinen könnte. Und... Wir sind auch überhaupt nicht vorbe... Wir sind auch überhaupt nicht vorbereitet. Wir... Wir bereiten uns gerade mal besser vor. Wir essen gerade mal kurz was. Und dann... Kann ja auch schon anfangen. So. Dann schmeißen wir hier... Den auf den Grill. So. Das hier können wir ausmachen. Stein. Löch! Wir können nicht rennen, verdammt. So. Schon mal einmal. Na gut, noch zwei, drei Löche sollten wir schon noch mitnehmen, wenn's geht. So, dann ziehen wir uns die Haut gerade mal kurz an. So. Denn ich weiß nicht, was in der Höhle auf uns wartet. Ich kenn die Höhle gar nicht. Ich war da... noch gar nicht drin. Ich hab jetzt wie gesagt, seit dem letzten Update. Wir haben mal ganz, ganz kurz angezockt. Ob... Ob alles funktioniert. Ob der Spielstand kompatibel ist. Und ja, ja, ja. Alles in Ordnung. Und wie gesagt, jetzt... Hab ich hier gerade beim runterlaufen die... Oder haben wir gerade die Höhle entdeckt. Und war da gerade ein Lurch? Ne, ich dachte... Da war gerade ein Lurch. Also gut, gehen wir rein. Ich... Ich... Ich markiere... Ich markiere mir die Höhle gerade noch mal kurz. Einfach nur... Damit das auch schon mal gemacht ist. Damit wir das dann nicht später machen müssen. Okay, jetzt haben wir, aber... Okay, haben wir noch 17 Stück. Das heißt aber... Hier ist noch ein Stein. Ich will hier gerade einfach... Einfach nur... Sicher ist sicher. Scheiße. So. Sieb... Oh Mann. Gut, jetzt haben wir aber immerhin volle Rüstung. Ich schätze das sehr. Ach, das ist der Vogel, ne? Der Tote. Gut, dann gehen wir hier rein. Ich gehe lieber weg, sonst fliege ich noch durch die... Huch! Da ist schon passiert. Ah, nein, noch nicht. Okay. Äh. Alter. Steine. Mh. Mh. Ein Stein. Ehh. Ach, hier legt Geld rum. Da hinten, da liegen Knochen. Ah, das ist ein Teppich. Okay, das ist ein Teppich hier. Steine. Geld. Hier geht's weiter. Ist da unten irgendwas? Da unten da glänzt irgendwas. Können wir eigentlich auch eine Flair runterschmeißen? Wir haben... Nicht, mein... Wenn wir... Wenn da unten wirklich was sein... Alter, ich da... Alter. Alter, ich dachte gerade... Hör! Okay, da hinten ist ein Eingeborener. Da hinten sind zwei Eingeborener. Gut, und wenn wir verrecken, ist eh nicht schlimm. Dann waren wir zumindest... Hier mal in der Höhle. Hallo? Ich will... Jetzt. Und dann machen wir gerade ganz, ganz kurz kurz den hier. Ja, jetzt mach halt an. Ne, wir haben keine Kleider mehr, oder? Doch, wir haben noch Kleider. Ja, okay. So, dann sammeln wir hier gerade einfach mal... Alles ganz gechillt ein. So. Einmal. Und... Zweimal. War das alles? Ich glaub, das ist so alles, ja. Bitte, wer sagt's? Problem war finito. Schön. Freut mich. Ähm. Was ist... Was ist ein Wasserfall? Ach, aber... Rüber kommen wir nicht, oder? Kommen wir irgendwie auch rüber? Doch, hier. Hier geht's rüber. Was ist denn das da hinten? Ist das ein Grafikpack, oder? Oder? Was ist... Ich find's ja sehr schön, dass wir unten wirklich... Was haben wir da gerade aufgehoben? Was haben wir... Ich... Was haben wir da jetzt gerade aufgehoben? Was haben wir... Ah, nochmal so einer hier. Okay. Das sieht etwas perverser aus, wie das da sitzt, aber... Naja, okay. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Ne, ne? Hier geht's weiter. Hier liegen Arme. Nochmal ein Kopf. Ich schau wieder ein Kopf. Was liegt denn hier alles rum? Irgendwelche Dosen. Und ich sehe gerade überhaupt nichts. Weil die Sonne blendet. Oh Gott, nein. Scheiße, wir haben kaum... Wir haben kaum noch Rüstung. Das hört sich kritisch. Aber... Da lag noch gerade was. Ne, das ist egal. Aber... Huch, wir sind... Ja. Aber logischerweise... Wir schlagen zurück. Höh! Höh! Alter, alter, alter! Leck mich doch! Hier, das hier ist es. Jetzt... Drück halt drauf! Verdammt! Okay, hier bewegt sich gar nichts mehr. Scheiße, wir brauchen Ruhm und Rüstung. Hier liegt auch noch so ein Ding. Boah, scheiße. Also, die Höhle ist doch schon... Also, wo ist die Höhlen? Und das sind teilweise wirklich Höhlen, wo... Oh, ähm... Weil ich... Weil ich manchmal wirklich... Also, als ich... Damals... Gewalt gespielt habe, als Forest damals... Noch frisch rauskam, da habe ich es ja noch gar nicht... Noch gar nicht groß aufgenommen. Ähm... Und, ähm... Und, ähm... Da habe ich... Da wirklich... Weil ich früher mit einem Kumpel im TS... Und haben wir noch gelabert, ja, ja, und so... Und, ähm... Und, ähm... Und immer, wenn ich da in so eine Höhle rein bin... Ähm... Wusste ich ja erstens gar nicht, was ankam. Also, also... Was auch nicht... Wer gewartet hat. Und ich wusste auch nie, wo ich ankam. Und, ähm... Ähm... Ah, wir können jetzt... Ach, konnten... Konnten wir jetzt vorher auch schon? Ich weiß es gar nicht. Also, einfach hier so nach oben schauen. Äh, wo wir stehen geblieben. Genau. Die Forest-Höhlen. Und, ähm... Genau. Auf jeden Fall fand ich die Höhlen in Teilbereichen nicht schlampig. Gerade, was auch die Verstümmelung und 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 angeht. Und wenn die Passagiere dann da von den Decken runterhängen. Also, das ist... Manchmal war es doch schon sehr... Ja, also sehr... Ne? Ja. Sehr krass. Muss ich doch schon zugeben, ja. So, wir sind wieder im Tageslicht. Ähm... Ja, was jetzt? Hm... Was können wir jetzt machen? In der Höhle waren wir? War also nichts Besonderes? Gut, er war halt eine Höhle wie jede andere auch, denke ich. Aber... So wirklich was Besonderes hat die Höhle jetzt nicht gehabt. Oder was mit ihr? Also, ich fand's jetzt nicht wirklich so besonders. Aber... Naja. Also, die Höhle war auf jeden Fall vorher noch nicht da. Das heißt, die Höhle ist neu. Und... Achso, stimmt. Wir haben auch keine Rüstung mehr wegen diesen Kack-Babys, Alter. Boah, die Babys sind ekelhaft. Bäh, die Babys sind scheiße. Und... Zum Militieren vor ist... Bäh! Und wir sollten uns langsam... ein Plätzchen zum... zum Übernachten suchen. Uns irgendwo was bauen. Weil... Ja, weil... Nein, wir können nicht trennen! Tut mir leid, das ist ein Notfall. So. Weil wir... Ja, weil es gleich nach wird. Gleichfalls dunkel. Gut, es ist... nur einer gewesen. Hätten wir uns auch mit ihm anlegen können, aber... Ich will das Risiko nicht... eingehen. Warum haben wir eigentlich... ich werde immer noch die Taschen haben in der Hand. So. Wo sind wir denn hier? Ach, hier sind wir. In diesem Loch. Was hat's denn eigentlich mit dem Loch auf sich? Was? Weiß es jemand? Warum ist dieses Loch hier? Dieser Krater? Warum? Hm. Jetzt wird's dunkel. Oh, wie schön es einfach mal ist. Mit dem gleichen... Wasser und so. Assekt hier. Ah, das ist wirklich... Alter, es ist jetzt überall diese Babys. Das gibt's ja gar nicht. Oh, nein. Oh, scheiße. Ne. Ne. Toll, jetzt sterben wir nicht durch. Ja, ja, ja. Aber nicht an Erz, oder? Nicht an Erz jetzt. Jetzt packen wir ja komplett fest. Ich kann mich... Hö! Scheiße. Ich kann... Nichts... ...mehr... ...machen. Ich kann mich hier... Hallo? Ich kann... Ich kann mich gar nicht mehr raus. Ich drücke sämtliche Tasten. Aber nichts passiert. Toll, jetzt sitzt du hier fest. Ah, dann Singleplayer, fortsetzen. So, laden wir grad noch mal kurz. Das stimmt, wir haben uns ja gar nicht abgespricht, ne? Gut, dann sind wir halt oben wieder auf dem Berg. Aber... Naja. Dafür können wir ja mal dann in eine andere Richtung gehen. Dann müssen wir auf jeden Fall... Also, zu dem Grater gehe ich nicht noch mal. Das... Ne. Ne, ne, ne. Also, da krieg ich mich nicht überredet. Ne, keine Chance. Aber... Mich wird's wirklich interessieren, warum der da... Warum er da ist, oder wozu er eigentlich da ist. Weil nicht, dass da dann irgendwie dann später noch eine Riesenspinne oder sowas rauskommt. Bö, Alter, wö. Da Spinnen sind... Ich find Spinnen ekelhaft. Ich find Spinnen eklig, muss ich doch schnell zugeben. Spinnen sind für mich ekelhaft. Bah. Also, lang sie draußen rumkrabbeln. Kein Problem, wenn ich jetzt weiß, dann der Spinnen oder wenn ich jetzt... Ich bin ja an der Wand sehe. Ich kann Problem mit. Nur wenn sie dann halt an... Nein! Nur wenn sie dann halt am nächsten Tag... nicht mehr da ist, dann ähm... Was lustig, ja. So, ran wir ja gerade mal aus dem Felsen raus. Und... Ja. Oder wollen wir weiterbauen? Alter. Oder... Wollen wir weiterbauen im Hause? Ich weiß es gar nicht. Wir könnten noch ein bisschen weiterbauen, oder... Wir könnten noch ein bisschen die Map. Gucken, was es... Was ist das Rote da unten? Das ist ein Baum. Okay. So aus wie ein Container. Alter. Ähm... Ja. Da konnten wir einfach mal die Map, ne? Ein bisschen mal gucken, was es hier so Neues gibt. Ja. Hm, 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 hm. Ja, okay, ja. Hm, 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 hm. Nehmen wir mit. Ist... Tot? Ja. Hallo? Da, das meinte ich. Hier, man kann... Wir können nicht zerschlagen, egal wie fest wir auch... drauf rum... kloppen. Nix passiert. Ja, nicht. War das Wasser nicht gefroren? War das Wasser sonst nicht immer gefroren? Ich weiß es gerade gar nicht. Ach, operieren, okay. Das hier ist zum Pflücken. Der Pflückenstein. Hier ist ein Haupt. Der Baum war aber sonst. Dann gehen wir mal eben raus. Wie... ich... grad mal fertig bauen, ne? So. So. Ich werde das ganz ganz kurz hier... gerade mal... kurz fertig bauen. Weil es sind ja nur noch... Wie viel sind's denn noch? Hm... Schon noch ein bisschen. Ja. Noch 45 Stück unten. Aber na gut, die kriegen wir jetzt relativ schnell zusammen. Weil jetzt ja die ganzen Bäume da sind. Und... ja. Lups. Ach, ich dachte gerade, das wäre eingefroren. So. 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 Kann sein, dass wenn die Vs Folgen rauskommen, also die jetzigen... und dass es dann vielleicht schon ein neues Update gibt. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß... überhaupt ehrlich gesagt auch gar nicht, wann das nächste Update kommt. Und... Ich hab keine Ahnung. Man munkelt, man munkelt. Die geben das da eigentlich nur noch vier Baumstäme in die ganzen Bäume, ne? Hm. Ist nicht so das wahre, aber naja. Können wir eigentlich... einen Back machen? Also... Nur mal so... Ne, ok. Geht nicht. So. Den nehmen wir gerade auch noch kurz mit. Oh scheiße, jetzt ist da eine riesen Lücke, ne kleine, ne? Was heißt eine riesen... eine kleine Lücke halt, ne? Da. 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 Seh ich gerade. Am Haus. Also da ist ein Schlitz. Da. Wo die Bahn ist. Hm. Ich bin gespannt, ob man dann... Huch! Da durchkommt. Ich wollte mich gar nicht... hinsetzen. Ich wollte eigentlich nur den hier machen und den hier und... den hier. Aber wenn wir jetzt schon... schon mal gerade dabei sind... dann können wir auch gerade... Oh, wir... Oh, 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 oh. Das ist... war nicht so sonderlich... schön. So. Ich glaube, wir müssen den von Ingen kloppen, oder? Den Baumstamm. Äh, den Baum. Jaii! Na, wer sagt's denn? Da. Ja. So. Zack. Ne. Da. Was macht der? So. Dann der zweite, dann der Buster, denke ich. Ähm. Na toll, das können wir auch mal wieder durchessen. Das müssen wir ja gleich machen. Alter, schreckt mich halt. Lass mich verarschen. Da. Da. Wir haben ja noch hier. Hier hatten wir ein Feuer. Ja, doch. Wir hatten... Huch. Äh, ich... Äh. Ich weiß gar nichts mehr. Überhaupt. Gar. Nichts. Ja. So, dann. Leuchtt legen wir gerade mal kurz drauf. Dann holen wir jetzt gerade mal den anderen Leuchtt wieder. Dann haben wir jetzt hier zumindest wieder... Also ist das Problem schon mal gelöst. So. Er soll doch nicht umsonst gestorben sein. Ehrenhaft. So. So. Das wäre erledigt. Hier ist noch ein Reh. Das lassen wir leben. Wir nehmen den Baum mit. Und noch 30. Ja. Genau. Das heißt, hier haben wir noch sieben Bäume ungefähr. Ja, sowas. Sieben, acht Bäume. So. So. Auf jeden Fall hätte ich's doch ganz gern vor Tagesanbruch fertig. Vor Tagesanbruch. Ähm, vor, ähm, Anbruch der Nacht. Tagesanbruch. Ähm, vor, ähm, Anbruch der Nacht. Ähm, vor Anbruch der Nacht wär's mir doch sehr lieb, wenn wir dann die Hütte da fertig hätten. Weil... Einfach Sicherheits-Effekt halt, ne? Und so. Effekt-Wessel? Pss. So. Achso, wir haben keine Ausdauern mehr. Jetzt. So. Nein, andere. Scheiße. Geht's da. So. Einmal. Inhalts. Inhalts. Wo ist er? War der Zweiter? Waaas? Wo ist er? Das ist weiter. Hier. O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O ärger? Aber da war doch noch einer, oder nicht? Ja, hier. So. So. Das wäre auch... Nein. Stimmt, wir müssen ja mal die Rüstung anziehen. Stimmt. Und ich nehme erst den hier, damit es schneller geht. Und wir gehen hier rüber. Nur noch 21 Stück, okay. Na. So. Hier haben wir auch noch eine Unterkunft. Eine kleine. Aber die wird uns... ...überhaupt nichts bringen. Zumindest nicht... ...zumindest nicht von Eingeborene hier sind. Dann bringt die uns überhaupt nichts. Weil wie viel... Wie viel Kräuter ließ ich einfach mal sende. Von Nice. Das sind doch schon sehr, sehr viele Bäume hier. Ich finde es schön, so. Bäume hier... Also, naja, finde ich schön. Aber... ...sind mir doch irgendwie... ...doch zu viele Bäume. Muss ich ehrlich zu... ...ähm... ...zusagen. Zugestehen halt. Aber... Warum... Manchmal... Manchmal schlägt der gar nicht. Warum? Da fühle ich mich irgendwie unwohl. So. Ne. Jetzt. ...zack. Und... ...nur noch... ...19 Stück. Nur noch... ...das ist gar nicht... ...das sind jetzt noch 5... ...noch 3 Bäume. Mit den jetzigen sind es noch 3 Bäume. Boah, geil. Ja, noch ungefähr, ja. Ja, 4 Bäume halt. Was weiß ich. 3, 4 Bäume. So. Stellen wir das gerade mal hier hin. So. Dann wäre das auch erledigt. Und dann ist die Hütte fertig. Gut, ein bisschen Zeit haben wir noch. Das schaffen wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Doch, ich freue mich. Ich finde es... Ah, okay. Wir müssen also immer noch gedrückt halten. Vielleicht... Ne, jetzt fängt es hier wieder an zu schneiden. Also regnen. Zack. 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 Und... Zack. So. Ich denke, ich mache vorerst einfach nur mal eine... Let's... ...Show-Folge von Forrest. Mach die denn aber halt dafür wesentlich länger. Das heißt, ich mache jetzt hier eine Aufnahme. Das heißt, vielleicht eine Stunde oder so. Und das gibt dann auch eine Folge. Das heißt, wir sind bei 34 Minuten, 35, 36, 37. Keine Ahnung. Vielleicht die 50 Minuten, vielleicht 46. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht mache ich auch noch ein paar. Ich habe keine Ahnung. Also wenn es euch gut gefällt, dann mache ich nochmal eine Let's-Show-Folge. Und ich denke, ich belasse es jetzt dann einfach mal bei der jetzigen Folge. Dann machen wir es hausfertig. Und dann ist es, denke ich, auch gut. Was mich eigentlich noch interessieren würde, ist, ob es hier, wenn es regnet, ob es hier schneit. Oder ob es dann auch regnet. Ich glaube nicht, dass es hier wirklich schneiden kann, wenn man es so sieht. Weil, ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist ein Reh. Okay. Manchmal sieht man die Rehe gar nicht, weil die so eine ähnliche Farbe haben. Also, so eine Holzfarbe haben. Von ihrem Fell. Halb. Ne? Crazy. So. Warum schnauft denn unser Mann so? Noch fünf Baumstämme. Noch zwei Bäume. Na, Lutscherei hier. Nehmen wir gerade die zwei da hinten. Ne, wir tanken ganz kurz die Ausdauer. Oder nehmen wir gerade die zwei hier. Welche Bäume können wir denn nehmen wir gerade gerade? Wir nehmen gerade mal die zwei hier. Jetzt warten wir kurz, bis die... Ausdauer wieder da ist. Und dann... Ja, und dann ist gut. So, huch. So. Der Baum ist tot. Tote Ast. So. So. Ach, ja. Was ich auch doof finde, ist, dass die Bäume, wenn die fallen, kann ich Dickies geben. Von den Esch. Also so, ne? Zweige halt. Finde ich blüten schade, ja. Aber gut, vielleicht kommt das alles noch. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ne, du bist doch... Du bist doch echt so. Aber die Animation ist jetzt geil. ein Baumstamm. Einen Baumstamm. Einen Baumstamm. Und ich werde mit euch... Diesen Baumstamm finden wir, sobald wir diesen Baum abgeschlagen haben. Dann wird er da wahrscheinlich irgendwo im Wasser liegen. Ich weiß doch ganz genau. Das ist ja nicht anders. Ich kann mal Glück. Boah, nice. Wir sind fertig. Geil. Hallo, ich will... Hierdurch kommen wir schon mal. Hihihi. Hihihi, geil. Boah, wie nice. Kann man ganz, ganz kurz speichern. Boah, wie geil. Boah, ich finde es mega. Alter, wie geil. C. Äh, R. Ach, wer kann jetzt hier... ...die Farben ändern? Ach, das ist ja geil. Ich... Ich mach's gerade mal... ...blau. So, was wollte ich jetzt... ...was wollten wir jetzt hier nochmal anbauen? Ach, genau. Sollte ich verschlagen, stellen wir ja... ...das gerade mal hier so anbauen. Was war das denn gerade? Warum zwitschern? Hat er gewohren? So, wie viel braucht'n jetzt? Brauchen die hier eigentlich immer noch... ...wird so zähl da weg? Brauchen die eigentlich immer noch so viel? Ich will's gerade mal kurz nachschauen. Komm, dann stellen wir den hier hin. Was macht denn er? Acht. Gut, drei haben wir. So, zwei. Wo ist der dritte? Da war doch noch einer. Da. Wo ist der dritte? Doch, mir gefällt's. Ich bin's. Boah, ich... Alter, ich find das... Vor allem, wir haben auch viel Platz. Ich find, wir haben doch schon sehr, sehr viel Platz hier. Und wir machen gerade mal den hier und den hier nehmen wir mit. Zack, zack. So. Dann machen wir jetzt hier einfach alles mal doppelt. Na. Sicher, sicher. C. Sticky. Mhm. Okay, Patrick... Patrick ist auch dabei. Das ist... Sehr, sehr schön. Ähm. Na, altes Haus, alles klar? Die Nacht kann kaum nicht... Was auch geil wäre, ist, wenn man... Ach, ihm ist kalt! Ach so, ja, sag's doch gleich. Dann machen wir einfach mal ein Feuer an. Ist das Ding leer, oder was? Ne! Geht nicht dann. Ich dachte gerade... Das Feuer sieht jetzt irgendwie so künstlich aus. Ich weiß auch nicht, wieso. Also mir gefällt's nicht wirklich. Nicht wirklich, ne. Na, schau, ne. Hier hin und da. Bauen wir den hier fertig. Was? Was? Was haben wir denn? Doch! Ich find... Mir gefällt's hier wirklich... ...schon sehr. Aber warum können wir denn... ...nach so, weil wir diesen... ...sponnen mussten. Ah... ...mann. So, und ich glaub, dann... ...hat sich die Folge auch mal... ...ähm... ...genau, wir waren in der Höhle... ...wir haben rausgefunden, dass wir... ...wir haben rausgefunden, dass die... ...Berge gar nicht mehr da sind, aus denen wir rausgekommen sind. Ähm... ...ja, was hat sich verändert bis jetzt? Ähm... ...eigentlich... ...die Höhle. Äh, ganz am Anfang waren wir an der Höhle. Das Grab da hinten. Und... ...ja... ...sonst hat sich eigentlich... ...ja gut, das Trinken, dass das jetzt... ...verbessert worden ist. ...aber sonst auch, das ist jetzt ja nicht... ...die Welt, aber... ...immerhin. Also ich find's, ich... ...ich muss... ...ich muss grad nur... ...und ganz kurz kurz speichern. Ah, okay, es gibt sogar ein Bild. Schön. Also, wir bedanken uns... ...oh, der... ...wir. Ähm... ...ich bedanke mich fürs dabei sein und... ...ja... ...tschau. Mit... ...mit Z.